Herzlich Willkommen bei Jesus Atmen. Schön, dass Du da bist. Ich bin Stefan Kuhns und ich freue mich auf die Kontemplation mit Dir. Sie hilft Dir, innezuhalten, Sorgen und Ängste loszulassen und Frieden zu finden. In Zeiten großer Anfechtung kann Dir die folgende Gebetsübung helfen, auch im Leiden und in großer Not zu einem tiefen Gottvertrauen durchzudringen. Die Übung heißt Gethsemane-Gebet. Gehe in Gedanken mit Deiner ganzen Fantasie in den Garten Gethsemane. Gehe zu Jesus, Deinem Bruder, der Angst und Verzweiflung für Dich und mit Dir zusammen in unsäglicher Tiefe durchlitten hat. Schau, wie er mit der Angst vor dem Leiden und vor dem Sterben gerungen hat. Sieh, wie er kniet und betet, während seine Jünger schlafen. Höre, wie er seine Jünger weckt und sie fragt, könnt Ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Die Jünger aber fallen völlig übermüdet wieder in einen schweren Schlaf. Dann stelle Dir vor, Du stehst auf, gehst im Dunkeln den kurzen steinigen Weg zu Jesus und kniest neben ihm, um mit ihm gemeinsam zu beten. Du hörst seine Worte. Aber, Vater, alles ist Dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was Du willst, soll geschehen. Du stimmst ein in das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Du betest langsam und achtsam das Vaterunser. Vaterunser im Himmel, Geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich, Und die Kraft und die Herrlichkeit, In Ewigkeit. Amen. Dann verweilst Du bei der dritten Bitte, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, So auf Erden. Beim Ein- und Ausatmen Kommst Du immer wieder auf diese drei Worte zurück. Dein Wille geschehe, 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 Spüre demnach, was sich in dir ereignet Nimm diese Ruhe und diesen Segen mit in deinen Alltag Weitere Meditationen von mir findest du in der Beschreibung Ich wünsche dir einen gestärkten Tag